einen schönen guten morgen aus seidenbuch im odenwald wir sind hier beim letzten oldtimer treffen für dieses jahr in seidenbuch und ich zeige euch jetzt mal was hier alles für autos stehen fahren parken und dann sage ich mal bis gleich so Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.